Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Was ist denn hier los? Bitcoin ist ja minus, mache ich 0,3%. Ich will aber, dass heute auch nochmal um 13% steigt. Ja, dann warte mal. Wird aber nicht passieren. Direkt mal ein Like, einen Kommentar für den Algorithmus erlassen und dann gucken wir mal rein. Deine Linien werden auch immer mehr. Ne, stimmt gar nicht. Bleibt dabei. Es sind die gleichen wie gestern und wie vorgestern auch. Aber was machen wir jetzt aus der ganzen Sache? Also, ihr seht das, das ist vertikal. Anders kann man das nicht sagen. Wir sind auf dem 4 Stunden Timeframe und das ist nichts zu erkennen. Achtung, 4 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden, komplett einfach hochgeballert. Ist das gesund? Nö. Kann das weitergehen? Ja. Würde ich da jetzt rein vomohlen? Nein. Also, was machen wir aus der Sache? Wir haben, ich will jetzt nicht sagen, so etwas schon mal gesehen, aber wir haben das auch schon gestern zusammen verglichen. Dass das Ganze, ja, ich sag mal, ähnlich aussieht wie dieser Move, den wir hier gesehen haben. Wir waren in diesem Kanal, wir waren in diesem Kanal hier und dann haben wir das Ganze nach unten gebrochen. Und dann haben wir das Ganze nach unten gebrochen. Wieder reingekommen. Oberkante des Kanals angelaufen. Oberkante des Kanals angelaufen. Unterkante angelaufen. Hier wieder rein. Oberkante, Unterkante angelaufen. So wie hier. Und danach. Explosion. Explosion. Über diese goldene Linie. Über diese goldene Linie. Und danach einfach weiter. Und danach einfach weiter. So. Und dann sind wir irgendwann in eine Widerstands, in eine Resistance-Tone gekommen, die dann nicht ganz so einfach zu knacken war, sag ich einfach mal. Und das sind hier ungefähr die 46.000 von 45.7. Und wie ihr seht vorher, hier haben wir noch die 44.000. Und dort sind wir dann praktisch gescheitert und zurückgekehrt in den alten Kanal, nachdem wir hier noch das Ganze nochmal versucht haben. Der alte Kanal, der ist allerdings ja jetzt logischerweise hier unten, aber stellt euch mal vor, wir sollten dahin zurückkehren. Dann gibt es natürlich richtig aufs Fressbrett, sag ich einfach mal so. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles vollkommen uninteressant, sag ich mal. Und absolut nicht in Play, denn Schwäche sieht logischerweise anders aus. Gründe für diesen Pump wollt ihr hören. Jo, geht auf einen anderen Kanal, weiß ich nicht. Ist mir auch vollkommen egal, ob es da ist Ebay-Ding war oder ob wir einfach allgemein mit den Märkten gepumpt sind. Juckt mich nicht, mich jucken jetzt die Linien. Als wir gestern Abend den Livestream-Manager haben, ja, da habe ich gesagt, hey Leute, ich würde jetzt hier nicht unbedingt reinfummen, wenn wir die Linie nach oben hinbrechen. Dann bin ich dabei. Und ich habe den Livestream ausgemacht und danach haben wir gepumpt. Richtig, hätte man dabei sein sollen? Ja, denn ich habe gesagt, sollten wir hier durchbrechen. Warten wir auch, glaube ich, nicht auf den Retest. Ich meine, dass das meine Worte waren, aber ihr könnt das auch gerne nachgucken. Ausbruch, Retest, Follow. Ausbruch, Retest, hm, schauen wir mal weiter. Wo ist denn der Follow? Ja, der liegt hier bei 44.000 ungefähr. Ich FOMO da jetzt gerade nicht hinterher. Juckt mich ja auch nicht. Bin ja auch in einem Trade drin, seit gestern Mittag. Das habe ich euch auf YouTube in dem Beitrag geschrieben. Mario, was wäre denn schlecht? Ihr seht, diese aufsteigenden Linien hier, die sind valide. Die haben vernünftige Auflagepunkte. Auf 4-Stunden-Basis, auf 8-Stunden-Basis sowieso. Wenn wir das Ganze jetzt nehmen, duplizieren oder in dem Fall kopieren und wir suchen uns andere Auflagepunkte, dann werdet ihr sehen, dass wir immer wieder hier in dieser Marktstruktur diese haben. Zum Beispiel hier draufgesetzt, nicht runtergefallen, draufgesetzt, runtergefallen, kleiner Abflug und hier Resistance und dann Support, genauso wie hier. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, ich suche mir jetzt hier mal einen Ort, mal eine Resistance, was hier jetzt nicht unbedingt nach unten wieder durchbrechen sollte, dann würde ich das Ganze so anlegen. Wenn ihr seht, wir müssten dazu Rot verlieren, Gold absteigend und Gold aufsteigend verlieren. Das ist hier so ein Knotenpunkt. 42.400, 4 Stunden Kerze da drunter, alles klar. Wir kehren zurück auf 41.6 und sollten wir hier so ein Cross mal nach unten hin durchbrechen. 41.000 Euro, Prost Mahlzeit, sage ich einfach mal. Auch das ist zum Glück jetzt gerade nicht in Play. Ja Mario, viel Gelaber, blablabla, wenig Info hier. Was ist denn in Play? In Play ist jetzt gerade ein schönes W-Pattern, sage ich einfach mal. Das ist ein schönes W, allerdings, wo ist denn die Nackenlinie? Richtig, liegt bei 44.600, um genau zu sein. Und wenn ich persönlich hier den Trade nehmen würde, würde ich den nicht nehmen vor 45.600. Ihr seht, super, super wichtig. Hat uns gehalten, hat uns gehalten, ist Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und sollten wir das mal nach oben hinbrechen, dann werde ich da ebenfalls nicht sofort rein vormonen. Denn das ist eine super wichtige Marke und ich denke, dass es darauf einen Retest geben wird und dann ein Follow-up. Und dann bin ich definitiv auch in der Nummer dritten. Das war es für Bitcoin. Ethereum hat natürlich auch gut einen weggeballert, sage ich einfach mal. Aktuell befinden wir uns aber hier im Gegensatz zu Bitcoin noch unter Resistance. Das ist hier dieses Cross. Da haben wir schon die Tage darüber gesprochen. Bei ungefähr 3.000. 2.970, um genau zu sein. Auch hier haben wir gestern gesagt, okay, wenn wir diese Linie nach oben hinbrechen, 2.830, dann kann es durchaus sein, dass wir bis in dieses Cross oder bis auf 3.000 Dollar steigen. Ja, moin. P-p-p-boom. Na, dieser Wic ging auch hoch bis auf 2.980, sage ich einfach mal. Was machen wir hier aus der ganzen Sache? Im Endeffekt geht es gerade logischerweise erstmal auch nichts. Diese leicht aufsteigende goldene Linie, die ich euch hier eingezeichnet habe, die ist nur für mich. Wir sollten die nach unten hinbrechen. Also diese hier, die verläuft jetzt gerade. Ungefähr bei 2.880 brechen wir die nach unten, kehren wir zurück auf 2.830. Ja, jetzt schaffen wir das nicht, das Ganze zu halten. Zurück erstmal auf 2.780, 2.750 und danach 2.600. Macht aber jetzt gerade nicht den Anschein. Was den Anschein macht, und das ist genauso das gleiche wie bei Bitcoin, ist, dass diese beiden grünen Linien hier kopieren sind, der Linien, dieser weißen Linien hier. Die habe ich einfach nur rechte Maustaste duplizieren, also in dem Fall kopieren und dann hier wieder angelegt. Von mir aus kann ich die für euch ebenfalls grün machen. Wenn ihr Bock habt, dann werdet ihr das Ganze ein bisschen besser erkennen können. Ja, und warum hast du es gemacht? Naja, ganz einfach, weil diese Struktur immer wieder zu erkennen ist. Und hier haben wir jetzt im Endeffekt auch Ähnliches gemacht, was wir bei Bitcoin entdecken konnten. Wir sind von dieser Oberkante gestartet und haben das Ganze nach unten hin gebrochen. Nach unten hin gebrochen. Nach unten hin gebrochen. Und dann sind wir nach oben angelaufen und haben die Unterkante nochmal angetestet. Nach oben angelaufen und haben die Unterkante angetestet. Und dann haben wir einen richtigen Push gekriegt bis zur Oberkante, genau in ein Kreuz. Bis zur Oberkante, genau in ein Kreuz. So, dann ging es nochmal runter auf die untere Flagge. Auf die untere Flagge. Bevor wir dann das Ganze wirklich, sag ich einfach mal, nach oben hin durchschreddert haben. Bam. Aber auch hier, das Ganze kann, nichts muss. Und es macht jetzt gerade auch nicht den Anschein. Aber ihr seht, dass dieser Move sehr, sehr gleich aussieht. Bitte habt das mal so im Hintergrund. Und was mache ich denn jetzt gerade in der aktuellen Situation aus der ganzen Nummer, wenn ich da noch nicht drin bin? Ich habe aber FOMO und ich bin geil und ich muss aber jetzt. Und was ist denn mit meinem Leverage und so? Ja, wenn du jetzt gerade in einem Leverage-Trade drin bist, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, alles geil. Auch hier das Gleiche wie bei Bitcoin, sag ich einfach mal. Das kann ein Traum auf das W-Pattern werden. Aber die Nackenlinie ist noch nicht gebrochen. Die liegt gerade noch bei 3270 ungefähr. Da müssen wir erstmal hinkommen, um das auch als W-Pattern zu bestätigen. Ich persönlich mache jetzt hier nichts. Ist aber auch logisch, denn ich bin in diesem Trade drin. Falls wir die Oberkante hier nach oben hindurch brechen sollten. Das ist ja jetzt ungefähr die Marke von 3000. Moin, dann bin ich sofort beim Bruch dabei, denn dann werden wir hochziehen auf 3062. Hier werden wir mal gucken, was dann passiert. Falls wir von diesem aktuellen Punkt jetzt weiter herunterziehen. Und da ist die Frage, ob diese Linie hier so valide ist. Da brauchen wir im Endeffekt etwas, wo wir sagen können, okay, durchbrechen wir das nach unten. Ja, das ist das hier. Dann kann das auch ganz auch mal ein bisschen tiefer gehen. Also, sprich, durchbrechen wir die 2833 nach unten. Ja, dann kann es definitiv nochmal auf die Unterkante hier dieses Kanals gehen. Dann würde ich auch persönlich nochmal über ein Short nachdenken. Definitiv, denn ihr seht, 1 Stunden Kerzen da drunter. Support, Resistance, 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 Resistance. Also, das ist schon eine wichtige Marke. Brechen wir damit 1 Stunden Kerze drunter, bin ich erstmal wieder Short. Ansonsten warte ich jetzt darauf, longen zu können. Das ist dieses Cross. Kommen wir hier drüber, 1 Stunden Kerze. Ich bin nochmal long bis 3068 mal sehen, was dann hier passiert. Das war heute ein bisschen längeres Update für Bitcoin und Ethereum. Ja, aber der Tag gestern, der war auch einfach sensationell. Ich weiß nicht, wann wir letztes Mal sowas gehabt haben. Das muss schon sehr, wirklich sehr, sehr lange her sein, falls wir überhaupt mal sowas gehabt haben. Ihr seht hier diese dicke grüne Kerze. Wenn ich dort das Ganze mal, in Anführungsstrichen, einfach mal eine Linie ziehe, das Ganze anlege, dann weiß ich nicht, wo ich so eine grüne Kerze suchen soll. Das war vielleicht hier hinten mal, nee, selbst das nicht. Also, 15% Kerze bei Bitcoin ist schon sehr, sehr selten. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber, also in diesem Bullrun sage ich einfach mal so. Von daher, das Ganze ist natürlich jetzt richtig schön. Ja, sind wir ein bisschen overextended. Auf kürzeren Timeframes definitiv. Stunden-Timeframe sind wir hier bei 75. Da müssen wir auch lange zurückgehen, um das mal zu sehen. Vier Stunden-Timeframe kommen wir jetzt so langsam auch in eine leicht übergekaufte Marke, sage ich einfach mal. Aber auch hier, sowas kann sehr, sehr lange gut gehen, bis wir dann mal vielleicht den Foto nach unten kriegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesen Dienstag. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal gerne einen Like, einen Kommentar für den Algorithmus da. Und ansonsten sehen wir uns gleich noch im Allcoin-Update. Und dann sehen wir uns gleich wieder.